Hey, ihr stürzt ab! Das freut mich ja so Wie dieses nervige Scheißspiel noch länger dauert Ohohoho Ahhhh Und ich darf nochmal zurück Wohin auch immer So, die Bomben muss ich wahrscheinlich alle aufsammeln Gaincher, ja ich weiß Man kann hängen bleiben, dann stirbt man Ist doch auch schön mit der Munition Gibt doch dann überhaupt keinen Sinn mehr In der einen Mission hab ich doch schon so Mehr Geld gesammelt, als ich jemals Ausgeben kann Wurde auch extra gesagt Warum muss ich jetzt überhaupt noch eine Mission machen? Ist auch völlig sinnfrei Also freingesteuerte, ja Schön, dass das eine freingesteuerte Sicherheitstür ist Aber ich krieg die auf Lichter nochmal hin zurückfliegen Ich glaub fast nicht Vor allem weil da hinten ja auch nichts mal war Ne da war Ne da war ja nichts mal Ahhhh Also muss es irgendwo anders Ach Naja Mir egal wo die Restartposition hinsetzt Ist mir so egal Ist mir egal wie egal wer das ist Rauf da, rauf, rauf, runter, rauf Hier immer rumfliegen Nein Was bringt mir das, dass ich das hier kaputt schießen kann Ich meine außer Munitionsverschwendung Ich meine außer Munitionsverschwendung Ja Erstmal die Gegner hinter mir töten Ich hab noch Schild Ich hab noch noch Schild Ich muss nicht Ja, komm Glaub's ja wohl nicht Die Ziels und Raketen sind genauso scheiße wie in diese Was nicht direkt vor ihnen ist, treffen sie nicht Schnauze Ich hab noch sieben Schild Da hat sich gar nichts in Luft aufgelöst Soll ich wie diese nutzlosen Projects Dinger Ach, noch mehr Gegner Huhu Hätte ich mal die Hälfte geschafft Guck da mal jetzt rausgucken Nein Moment Schalter Da kann ich nicht hinschießen Schade So, wo muss ich jetzt lang Woanders Ja, genau Ihr spinnt doch Schickt doch gleich 10 von den Dinger Oh, wie wärs mit so nem Ding in riesiger Ausführung als Boss Wär doch schön, he So, ist es noch nicht tot Toll Ach, Energie wird eh völlig übergewertet Doch, Energie wird eh völlig übergewertet Wuhu, es ist tot Bin so gut Wie wärs denn mal mit Munition Viel Munition Hey, Raketen Wie auch immer da jetzt Raketen sind Stürzt du bitte mal Oh, das Scheißteil hält auch aus Oh, das Scheißteil hält auch aus Ich höre noch mehr Gegner Viel mehr Gegner Ist ja auch rot Ist ja auch rot Hätte ich mir sparen können Die letzte Rakete Da hat Mutter ist ein alter Ich warte nochmal bis es zurückkommt Na los, komm schon, komm, komm Sagt mir noch die Munition ein Damit ich wenigstens ne kleine Chance hab Gegen das Ding da vorne Ich lass es kommen Na komm schon Ah, und was machst denn du da hinten Ja, ja, erstes ist gut So bleiben Nicht schießen Crash, 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 Crash... Ach komm Ich werde gerade fest, da lädt sich langsam ein Balken auf. Dann zieht man ja wirklich schlecht wegen den ganzen Explosionsfarben. Ja, genau. Es ist tot. Es ist tot. Ja. Dann crash halt nochmal. Mann. Ich habe ja auch so eine Spieze statt, nichts zu tun. Schild, Schild, Schild. Energie, Energie, Energie. Ach, Position, Energie. Mir doch jagen die Hose. Was jetzt was ist. Oh, Munition. Habe ich fast schon da ein bisschen was. Bisschen Schild, naja. Am Ende ist da noch irgendwas? Nein. Hätte das sein können. Das Spiel freundlich ist und so, aber null. Ich glaube, ich habe einen getötet. Nein. Ein Bild ist auch eine Bilder. Sterben, 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 sterben. Alle müssen sterben. Nur ich nicht. Ich darf nicht sterben. Ach, Fick dich. Spawn der ist schon wieder hinter mir. Was? Das hatte ich nicht gespeichert, nachdem ich getötet habe. Allein schon auch nicht. Das heißt, weil ich da eine gewisse Tiefe drin bin. Spawn, ja genau, hinter mir, genau hinter mir. Ist da oben noch irgendwas? Ich soll das mal speichern, bevor ich sowas nachschaue. 90, immer noch nicht die Hälfte. Ja, naja. Ich könnte jetzt laden, aber das macht ja eh keinen Unterschied. Ach, nee, nicht... Nein. Scheiß Drecksdingern. Mann. Ich bekomme keine vernünftigen Waffen in diesem Spiel. Nur Schrott. Jetzt folgt mir das Vieh nicht. Ich gehe da. Ich gebe dir das nicht. Und ich어로 muss. Ichke mir schon. Es fällt immer in die Richtung ab, wo ich gerade fliege, ja, das ist natürlich Zufall, ganz klar. Lass es hochkommen, ich kann nicht in drei Richtungen gleichzeitig ausweichen, jetzt stand das Bild bei mir, und jetzt crasht es mal wieder, man, der hat diesen Scheißprogrammier, der kann doch geschlagen, ja, genau, sowohl der entwickelte Spiel ist auch den Portschrott geschlagen. Wann, stirb endlich, stirb, ja, endlich, dann kriegt man ein so lausiges Schutzschilddreck, wo einem nichts bringt, stirb, warum schließen sie überhaupt Türen auf, wenn ich Gegner erschließe, das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn, ach, da ist noch ein Turm, das freut mich jetzt aber, ah, geht's noch da hinten hin, will ich gar nicht wissen, ich sag ja, ich will es nicht wissen, hey, Absturz, ah, das war der falsche, ah, ist die Tür auf oben weit irgendwo aufgeschlossen worden, wahrscheinlich nicht, runter da, Mann, oh Mann, nein, crash, hey, es ist gecrasht, das überrascht mich jetzt, aber hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet, schon scheiß veröffentlicht man nicht, achte doch du auf die Panzerung, komm runter, komm her, komm her, ah, Mann, Munition, ich brauche Munition, auch nicht noch so ein Scheißteil, ey, komm, warum schon viel von da vorne, Mann, ja, es ist crasht übrigens dauernd, Mann, das nervt genauso, wie die tatsache, dass genau so beschissene Gegner da drin sind und ich keine vernünftigen Waffen bekommen, lass mich da raus, du scheiß verfickte Tür, Mann, toll, ich hab keine Waffen, ich hab keine Raketen, ich hab gar nichts, toll, jetzt starte ich halt, oh, noch da, ja, weil, warum auch nicht, ne, unterwegs, Monodistab-Position setzen, wozu denn, ist doch nicht nötig, ich fliege doch gern den ganzen Weg nochmal, hab ja sonst nichts zu tun, haupt auf, Mann, 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 Ich muss jetzt bitte mal sterben Na also Ja egal Hey ich bin tot Sterb einfach Einfach sterben Wo will ich denn jetzt lagen Leben gelöst Oben geht es nicht weiter gut Keine weiteren Gegner sonst Schwach Ich hätte damit gerechnet Nix drin Und tschüss Okay Ja du mich auch Warum kann ich das kaputt machen Weil es eh nix bringt Bild steht Och ne Ich lebe noch Bin ich gut Und tschüss Was bist du Und ich hoffe ich muss ihn nicht töten Ich bin alles mit dem du nicht gerechnet hast Ich bin alles mit dem du nicht Ich rechne nicht Nein ich mag rechnen Rechnen ist schön Hat alles Hat alles Struktur in Ordnung So wie es sein muss Wir drehen uns mal Wir drehen uns mal Ja ja Tschüss Tschüss So stirbst du nicht so Wie die anderen Gegner Nicht nett von dir Och wozu stellen die Fässer hin Wenn mir eh nix drin ist Ist doch scheiße Turm vernichten Ich schieße da nicht zurück Komm schon Geh hoch Dieser ist heiß Meine Mutter ist heiß Nein ist er nicht Deine Mutter ist voll hässlich Ja genau deine Mutter meine ich Stirb dir bald mal Danke So ist er noch Ah mach die Tür wieder zu Mach die Tür wieder zu Geh wieder zu 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 Du verfickte Kackdreckstür Geh zu Geh zu Geh zu Geh zu Geh zu Geh zu Oh nein Ich will den Goldbarn gar nicht haben Ich will ihn nicht haben Ich will nicht mal wissen wie ein Goldbarn aussieht So was hab ich denn hier so Oh da ist sogar was drin Mal ausnahmsweise Ach so So eine Bombe So ich denk mir schon Hä Was ist das für eine komische Rakete Kenne ich noch gar nicht Och nicht du schon wieder Oder schon wieder eine von deiner Sorte Krieg die Viecher nicht tot Ey 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 Nachwegs habe ich inzwischen über die Hälfte Gegner Wenn man ein paar rauszählen die ich nicht töten werde Ich will ja gar nicht dass ich diese Türen öffne Warum öffnen die sich wenn ich das gar nicht will Wieso ist denn nichts mit den Fässern drin Wieso steck dir die Fässer auf Nein bitte was soll der Dreck Tut da gefälligst was rein Faulentwickler Och nein Leck mich doch Gib mir deinen besten Schuss Kriegst du mir keine Drogen Fick dich ins Knie Mal 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 Komm das Vieh mal runter bitte Treffe ich das Vieh so Warum kommt das Sound Geräusch erst schon eine halbe Ewigkeit bevor Die Tür überhaupt aufgeht Äh zu geht Äh wie auch immer geht Und warum kommt das Mist Oh ne jetzt ist der auch noch da unten Ja das freut mich jetzt natürlich Fick dich Was kann man sich Schöneres vorstellen Ich komm da nicht raus weil ich die falsche Richtung irgendwie fliege Was weiß ich Wo komm ich denn hier Ah das ist so ein dünnes Plattform Plattform Ding was Durchgang Scheiß direkt da Bin ich irgendwie weiblich Keine Ahnung Was macht ihr da unten Töne ich gegenseitig Das wäre aber geil wenn ihr das tun würdet Wäre ich voll dafür Ach sterb halt einfach mal Ach halt die Fresse Tschüss ab weg Pui Na das Ding hat auch Hey es ist gecrashed Das hatten wir ja noch nie Halt die Fresse Nein ich will dich nur töten Aber du stirbst ja nicht Ich will auch mal nämlich Waffe die was denn nicht Den Schaden anrichtet Nicht diesen billigen Schrott Was denn des Transpulse Ach das ist aber die Kack Waffe Die Waffe ist auch scheiße Alle Waffen sind scheiße Warum haben die Entwickler keine guten Waffen eingebaut Oh endlich Der ist auch tot auf Irgendwann ist der Fässer irgendwas drin Ich kriege das auch nur wenn ich das eine Fässer nicht Ich kriege auf jeden Fall einen Absturz wenn ich lade Hey Wunderbar Liebe hier Nein ich muss alle Fässer vernichten So jetzt ist irgendwo wieder eine Tür aufgegangen und ich weiß nicht mal wo Auf Tschüss Feuer 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 Erstmal mit Munition So bevor mich der Scheiß noch von hinten überrascht dann irgendwann mal Ja gehen lieber in die Luft Ja ich brauche langsam mal wieder wegen Munition Jungs Guck das ja bestimmt Munition oder Munition Sei so nett Dann gib mir auch noch ein bisschen Munition So das reicht Viel Munition muss ich denn noch machen danach Also die noch Und dann noch drei Das sind noch viel zu viele Egal das war's für heute mit Versagen Es nervt diese Scheiß Spiele Scheiß Porn und alles Das war's für euch So auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal